Alles klar, Freunde. Nachdem wir von Rizzeros schön getrollt wurden. Wo denn? Wo denn? Whatever. Geht es weiter. Und zwar muss ich das jetzt auch verschieben. Aber wohin? Wo und wohin? Was war? So. Bam. Place. Was war das? Oh, Rizzeros. Warum hast du so viele Rizzeros da mal? Hey, jetzt war mal langsam. Kann ich dir auch die Agoschime oder was? Ich glaube nicht. Und warum macht es Klick? Aha. Okay. Aber warte mal jetzt. Wo geht es hier an? Schauen wir mal hier nach. Weil wir wollen auf jeden Fall noch Lava rausfangen, bevor wir rauskommen. Oh Mann. Der Double Spawn. Ja, ja. Auf euch habe ich keinen Bock. Wir sehen uns nach. Double Spawn. Oh, Pikachu. Ja, okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Aha. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geil aus. Da, wo das aussieht. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her, Lavalos. Auf geht's, Pikachu. Oh mein Gott, bitte. Komm, Pikachu. Meow. Weiter so, weiter so. Ist echt gut. Olle, look at the Moose, look at the place, it is Lavadoso, Lavadoso-Raino. Spritze Turbo. Er ist ganz schön nice, sehr schön. So. Hallo Lavados, gut, dass du dich zeigst. Wow, oh mein Gott, bitte, Mama, langsam. Mama, können wir gegen dich Beine werfen oder bei, bei, wie heißt der? Zapdos, die nämlich, ähm, nee, okay, die wirken nicht, der hat einen Schutz dagegen, die Aura. Was hätte das? Okay. Bleib so, wie du bist, okay? Drei, zwei, eins. Oh, ey, das ist ein perfektes Signing. Nein, es fängt an. Es geht los. Oh nein. Es geht los. Ich gebe ihm keine Chance zu atmen. Keine Chance zu atmen. Nein, nein. Keine Chance. Nein, nein. Das ist die Schleife. Der Loops, der Loops. Der Loops. Nein, ich habe verkackt. Nein, ja. Gut so. Okay, okay. Ah. Nein. So lange es trifft, dann trifft es, aber. Nein. Nein. Ah. Zwölf Jahre später. Oh Mann, ey. Wohin? Nein. Das ist das move. Shit. Bitte, komm, bleib drauf in den Ball. Danke, mach. Hallo, Labodos. Ich Osaru, will dich fangen mit Pokéball-Ru. Du wolle reinkommen, oder willst du zuhause bleiben? Was?! Ja, ich schleiße dir! Auf deinen Kopf! Okay, okay, okay. Was?! Wieder auf deinen Kopf! Langsamer sollte es wehtun. Oder auch nicht. Scheiße! Die Legend of Lavados! Oh! 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 Oh, Mama Mia! Ja, jetzt haben wir. Haben wir jetzt. Wieder gegen seinen Kopf, sagen wir mal. Ich traf die Kreise, ich traf einfach nur seinen Kopf die ganze Zeit. Irgendwann reicht's aber. Aber nicht heute. Schrei nicht so und komme in dein Poké-Balavados. Ich habe auch Zapdos und Actos, deine Abgenossen im Gepäck. Ah, fast hätte es geklappt. Fast hätte ich ihn. Die Baits! Oh, look at the mouse, look at the place. It is... Also langsam, Freunde. Langsam ist halt so der Punkt angelangt, wo ich mir denke. Kann schon fliegen von mir aus. Misch zu anlegen ist Pokémon. Kann schon überhaupt fliegen. Oh, Mann. Ich weiß. Wenn ich in den Kreis werfe und so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit. Dann schreibt die Fang-Chance, bla bla bla. Ich bin zuvor, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, dass einfach sein Pokémon rein und gut ist. Nee, nee. Aber das für die Aktion packe ich dich nicht mal aus dem Poké-Balavados. Du hast verdient, einfach in der Pokémon-Box zu verstorben. Für diese Aktion. War schön mit dir. Was sagst du, Pikachu? Hat lang gedauert, oder? Aber zu lange gedauert, Pikachu. Das muss doch nicht sein. Ja, aber das schön war's mit dir. Hat echt Spaß gemacht. Wir sind's dann irgendwann. Falls ich mal brauche. Okay, weiter geht's. So, jetzt gehen wir da lang. Jetzt gehen wir mal raus hier. Ein Kampf bei der Abwechslung, Milady. Es war grad richtig schlimm, du was da abging. Anna, komm jetzt hin. Dragonia, was? Was? Krass. Okay. Wie geht's? Oh, Sandama ist nicht... Ah, ich hab Sandama ist nicht als Ersten gehabt. Was war das für ein Angriff? Ah! Ich hab mich nicht aufgepasst. Dragon Pulse. Dragon Pulse. Nice. Armut. Tuck, tuck. Tuck. Knuddelff. Kannst anblen. Meow. Knuddelff! Junge, was war das gerade mit Lávidos? Oooh jeeeh. Oh jeeh! Oh mein Gott. Was war das in Lavros? Ohne Spass. Keiner weiss. Noccia We need your Flügel, Schlagorinio, Gluraco Willkommen Sie rein? Maio Olé Hippo Nae 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 roo Tu, tu, wat Wee Was ist mit euch los, was ist mit euch los? Diego, oh Gott, Diego, warum hast du so viele Pokémon? Warum hat er so viele Pokémon, dieser Diego? Keiner weiß. Okay, Diego. Was soll ich dir sagen, Diego? 1 Dollar reicht, glaube ich. Mehr kommt es dir nicht raus. Hoideide. Hoideide, hoideide. Kingler, hmm. Dieser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das mit Lavados? Okay, wir sind schneller gewesen. Ja, okay, die sind auf Rw 47. Ich hoffe, die andere hatten nicht so viele Pokémon. Oh mein Gott, kann das so? Gegen so viele zu kämpfen. Rock Level 48, nice. Tau Boss, okay, wieder zurück. Zu Sandama. Hä? Ich weiß das. Nein. Oh mein Gott. Schau dich an die Mose. Schau dich an das Ort. Dann ist Ozarou von Alabestia. Von Pallet Town. Wow, Sandama ist so cool. Sandama ist richtig cool. Nice. Der wird trauer und setzt sich einfach. Genau das will ich sehen. Genau das will ich sehen. Irgendwann reicht's auch mein Freund. Der hat's überlebt. Wieso kann der Feuerschlag? Ah, sag mir. Wieso kann der Feuerschlag? Medizintausch. Hypotrank. 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 Okay. Du da. Ich werd dir zeigen, dass es immer jemand gepflegt ist als man selbst. Ja das stimmt, aber... Typisch ist Edde. Typisch ist nett. Caroline. Was geht ab? Ami. 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 Ney. 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 Na 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 na. Oh. 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 Was das? Jesus. I did. Du wirst auf Level 58 Risiko-Tackle ändern, warum, warum, mein Freund? Akani, okay, wechseln wir aus, zu Tordog, Tordog. Oh je, der hat's knapp überlebt, das gibt's doch nicht. Der Wut-Anfall bringt dir auch nichts, mein Freund, bringt dir auch nichts. Nice, sehr schön. Was, du hast noch einen? Oh je, meine. Oh je, Freunde, oh je, der Star Wars, der Star Wars. Der Star Wars, du. Ciao. Caroline, das ist bitter, das stimmt. Lass mich durch jetzt. Okay, auf jeden Fall annehmen. Wie viel? Da drüben war wir doch, ne? Ja. Wo ist der Schalter? Hier, hier. Da. Oh je, jetzt die ganze Zeit A drücken, statt einfach dagegen zu laufen. Oh je, meine. GG. Oh, ich kann von dem Einschlaf von den Türen. Tüt. 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 Biri, ciao. Bidi, danke, danke, ciao. b die halleluja ich glaube wir sind kurz kurz vom ende also sind gleich hier draußen freunde sind gleich draußen lange sollte sich mehr sein der noch der trainer coach oben langsam haben wir es langsam bewegen uns auf die pokémon zu genau das klaus was ist schlubbein pokémon bitte keiner weiß was schlubbein pokémon ey was was die 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 Oh, Mann! Was? L62, genau, das ist es. Totok! Oh, okay. Risa! Totok! Mich hätte er gewundert, dass Asni keine Mega-Entwicklung angewandt hat. Aber der hat wahrscheinlich kein Pokémon. Also wir haben jetzt nur von Visaflor, Totok und Glurak die Megascheine bekommen. Ob es denn jetzt nur Pikachu... Ob wir noch weitere Scheine bekommen, weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden. Weil Taubus hat z.B. noch eine Mega-Entwicklung. Oh, genau. Das werden wir noch herausfinden. So, jetzt langsam, langsam wird es, Freunde. Müsst du auch gegen den Trainer kämpfen. Ich glaube, dann kommen wir raus, nämlich. Obwohl, da oben ist es vielleicht auch noch treffen. Ich glaube, den da oben ist auch noch besiegen. Genau. Elliot! Oh mein Gott! Warum hast du vier Pokémon? Warum? 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 Oh je. Boah. Was? Ich weiß, es hat vielfach Schwäche aber trotzdem. Oh je, oh je. Oh mein Gott. Oh je. Mach ich. Ich weiß, es hat vielfach Schwäche. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott ist ein paar Teile. Was ist das? Garados, rest in peace Carpenter an der Stelle, der ist immer noch in der Pension. Oh je, oh je, der arme. Der hat ein schönes Leben, du. Keiner war das. Carpenter hat einmal legit gekauft von irgendeinem Abzieher, der uns abgezogen hat, direkt in die Pension gegeben. Und dort gelassen. Oh, Rele. Ah, Kani. Kom zu Kachung. Bekamau. Er hat jetzt überlebt, krass. Booboo, 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 booboo. Taurus. Komm, sag, was du noch hast, Totok. Mau. Alter, Totok, bitte ey. Totok, du hast drei Punkten. Wieso machst du deine Wasserattacken aus deinem Maul? Wozu hast du diese drei Punkten? Jetzt frage ich mich. Das ist aber klappt, du Totok, das ist aber klappt. Das weiß doch hoffentlich selbst, ne? Boah, geil, Wut anfangen. Für Mega-Durak-X. Oh mein Gott. Also das ist wirklich geil, dass man quasi Einstein für beide hat. Also das Einstein, das mich aussehen kann, ob er zu Y wird oder zu X. Boah, Drachenputz würde ich ungern wegmachen, wenn man jetzt dann dennoch flügelschlag ist so useless, ohne Spaß. Wohl so just ist es auch nicht. Meiner hat 104 Spezialangriff, ich will nichts voreiliges machen, ich lasse es mal kurz, einfach. Ich will nichts voreiliges machen, weil ich hoffe, Y wird es bei den normalen eigentlich gerade lohnen. Aber je nach Bedarf kann ich auf Überswitchen. Ah, wir sind raus. Ah, okay, du versperrst unseren Weg. Okay, den da oben haben wir wahrscheinlich schon ein bisschen gehabt, den ich ja vorhin gesagt habe. Freund, unser letztes Rizeros. Schaut es uns. Oha, was war das gerade? Krass, es sagt, auf geht's zur Pokémon-Liga. Rizeros, danke schön, mein Freund. Auf geht's zur Pokémon-Liga, sagt es. Also Freunde, Ligeststraße haben wir überquert. Wir machen uns auf den Weg zur Pokémon-Liga, jedoch werden wir die Liga nicht in diesem Part beschreiten. Ihr hört die Musik, Freunde. Ihr hört die Musik. Wir werden die Liga auf jeden Fall im nächsten Part anfangen, denn der Liga möchte ich quasi den nächsten Part widmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, now this is the moment. Let's go, Pikachu. Okay, now this is the moment. To big summit, pick a mile to Pokémon-Liga hinauf. Genau this, Freunde. Genau this. Ist du bereit, Pikachu? 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 Wir schaffen das. Ich verlasse mich auf dich. Oh, nee. Wir schaffen das, mein Freund. Oh, Gänsehaut. Legit Gänsehaut. Ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber ja, whatever. Geil. Freunde. Indigo-Platte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau das, Freunde. Also, lasst das Ganze hier abspeichern und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wie wir die Pokémon-Liga beschreiten. Ich bedanke mich für das Zusehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace. Outro